Wir brauchen neues Wirtschaftswachstum, wir brauchen noch mehr Freihandel und das, meinen wir, ist genau die falsche Politik, der setzen wir unseren Alternativen entgegen. Wir brauchen eine andere Handelspolitik, wir brauchen eine andere Klimapolitik. Wir brauchen vor allem Klimagerechtigkeit, das heißt, die Länder, die bisher am meisten zur Klimaverschlechterung beigetragen haben, müssen jetzt auch den größten Beitrag leisten, dagegen was zu tun. Vielen Dank.